Hallo und Servus. Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Seht ihr, was ich da oben habe oder besser gesagt da vorne? Es ist nicht mein Handy und nicht mein Krädel. Aber Näheres nach dem Intro. Bis bald. Hallo, hier bin ich wieder. Und zwar, ich möchte euch meine neue Errungenschaft, die was nicht billig ist, vorstellen. Das ist da vorne, statt meinem Krädel und dem Handy, jetzt der Connected Ride Navigator. CRN in Kurzform. Das ist bitte keine Werbesendung, da möchte ich drauf aufmerksam machen. Denn ich werde vom BMW weder bezahlt noch wurde mir das Gerät zur Verfügung gestellt. Ich habe es um teures Geld selbst erworben und das möchte ich trotzdem euch ein wenig zeigen. Wenn ihr genau sehen wollt, wie es ausgepackt wird und eingerichtet wird, dann bitte ich euch, geht auf den Kanal von Sorglos und Tour. Ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken, dieses Video, damit ihr seht, wie das Ganze vonstatten geht. Ich habe da, wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich das noch einmal mache. Aber schaut euch das vom Thomas an. Der macht der Spitze. Der kehrt das auch gut. Warum habe ich mir dieses Gerät angeschafft? Ein Grund davon war, ich habe lange überlegt, ich war zufällig beim BMW, Händler meines Vertrauens und ich habe ihm gesagt und ist der Connected Ride Navigator schon billiger geworden? Und dann sagt er, nein, aber nachdem du ein guter Kunde von uns bist und das eine kann ich euch sagen, das bin ich, ich habe schon viel Geld dort gelassen, gebe ich es dir um 200 Euro billiger. Er hat gesagt, ich überlege mir es und bin wieder gefahren. Dann kam mir mein Urlaub in Kroatien in den Sinn. Da hat mein Handy schon am Vormittag meistens gejammert und hat gesagt, Achtung, 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 zu heiß, zu heiß, zu heiß, überhitzt, 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 am Kredel. Weil da bin ich mit dem Kredel gefahren. Hat alles gut funktioniert, kein Problem. Funktioniert auch gleich wie, wie gesagt, das Gerät hier, also überhaupt kein Problem. Vielleicht noch einen Ticken besser, aber das zähle ich später. Da dachte ich mir, gut, was ist der Vorteil, dass ich mir diesen Navigator hole, außer der Hitze. Und diesen Vorteil kann ich euch zeigen gegenüber anderen Navis. Ich kann ihn mit diesem Rad, seht ihr das, das da, das ist ein BMW, das ist das Rad, mit dem man alles steuern kann, am BMW Lenker. Und damit kann ich alles aufrufen. Alles, warte mal, ich zeige es euch vielleicht kurz. Ich kann da, wie gesagt, das ist Navigation. Dann habe ich die Info von meinem Motorrad. Wie ihr seht, der Bordcomputer, da steht alles, Reifendruck, wann ich tanken muss, und, und, und. Aber das kennt ihr ja schon von einem anderen Video. Dann meine Musik, das ist jetzt das erste Lied, aber natürlich habe ich mehr. Dann mein Telefon, also hier seht ihr, Favoriten, Kontakte. Und das Ganze, ich muss mich auch ein wenig aufs Fahren konzentrieren. Wie ihr seht, obwohl ich im Dings bin, wird mir das auch in Pfeilversion angezeigt. Ja, das ist das Telefon. Dann unten sind, wie gesagt, die Verbindungen, verbunden mit Smartphone und mit dem Headset, also mit meinem Sena. Und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, meine Karte vom Nabi. Ich habe auch am DFT schon ein Nabi. Aber nur in Pfeilform, wie ihr gesehen habt. Also so zeigt es unten dann auch an. Nur im Pfeilen und nicht die Karte. Ja, das ist einmal der eine Grund, der, was sehr wichtig war, dass man das vom Lenker aus steuern kann. Nicht wie andere Navis, nur mit am Display, kann ich allerdings auch. Ich kann ja auch mit den Fingern, auch mit Handschuhen, das Ganze bedienen. Also nicht nur mit dem Drehrad. Funktioniert auch gut. Aber warum sollte ich, sage ich, das machen, wenn es mit dem Drehrad auch einfacher geht? Oder einfach geht? Der zweite Grund war, ich fahre ab 10. Da fahre ich schon nach, zu meiner Lieblingsraststätte, auswärts von meiner Heimat, von meinem Bundesland. Das ist der Gasthof Exlau. Dort treffe ich mich mit Freunden und übernachte auch. Denn ich fahre zum Treffen vom Gradmelder 24 nach Deutschland. Und das sind immerhin ein wenig über 900 Kilometer. Und nachdem ich mir keinen Stress machen wollte, sicher hätte ich da auf die Autobahn fahren können und Vollgas die Kilometer runterspulen, was ich überhaupt keine Bock habe. Erstens möchte ich Deutschland sehen. Und zweitens, da habe ich ja Zeit. Was soll ich da? Gut. Das ist das Positive an diesem Gerät. Es war am 17. Mai ein Update. Da ist gekommen, dass man jetzt auch nur sich den Track anzeigen lassen kann. Also nicht nur die Route, auch den Track. Dann kann man jetzt ab sofort einen PIN-Code eingehen, um das Gerät zu sichern, um deine Daten zu sichern. Sagen wir so. Gegen Diebstahl kann man es nicht sichern. Wenn es stillt, dann stillt er. So fertig. Ja, und auch eine Taste, die habe ich noch nicht getestet, muss ich ehrlich sagen. So angeblich, wo man drauf drückt und dann geht die Sache, kann man sofort mit einem Tastentruck wieder retour fahren. Dann wird die Route wieder retour berechnet. Ja, das waren nochmal die Neuerungen jetzt. Steckt, muss ich ehrlich sagen, aber noch in den Kinderschuhen, dieses Gerät. Da muss noch viel. Ein Update her, liebe BMW oder TomTom, apropos TomTom. Dieser Navigator ist nicht mehr wie die anderen, die Vorgänger bis zum 6er. Funktioniert nicht mit Garmin, sondern jetzt mit TomTom. Ob da jetzt noch ein Navigator folgen wird, ein 7er, ich glaube nicht. Ich glaube, die werden bei dem bleiben und das verbessern. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Cradle und diesem Gerät? Ein Unterschied von dem, was auch ein Vorteil ist, ist einmal die Ansicht. Das Display ist viel heller und klarer. Also klarer nicht, aber heller. Man sieht es besser auch bei Sonneneinstrahlen. Es ist staub- und wasserdicht, ist mein Handy zwar auch und angeblich auch stoßfest. Nicht angeblich, sondern das stimmt auch, mir ist es nämlich schon runtergefallen. Hatte zwar in so einem Schutzbeutel drinnen, in so einem dünnen. Es ist nichts passiert und das funktioniert auch, wie ihr seht, ganz normal. Ja, das ist gut, aber wie gesagt, das ist mein Handy auch. Das kann ich jetzt nicht vergleichen. Der Vorteil vom Cradle wieder gegenüber, ich kann mir meine Navigation aussuchen. Wenn ich jetzt sage, heute möchte ich mit Kalimoto fahren, kann ich beim Handy Kalimoto auswählen. Das ist klar mit der App. Das geht hier nicht. Hier kann man nur mit einem Navi fahren und das ist vom BMW vorgegeben. In dem Fall TomTom. Das komische ist halt nur, ich nehme dieses Navi, sage ich, vorweg, wenn ich weit wegfahre oder ins Ausland. Denn da brauche ich das Handy nicht, obwohl man das auch wegtut vom Dauerladen über Wireless oder mit Kabel kann man das Handy dann auch mit dem Cradle Dauer laden. Und dann noch die Sonne voll draufknallt bei über 30 Grad, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das dem Handy mit der Zeit auch zu viel wird. Was hier kein Problem sein sollte. Zumindest so die Angaben vom BMW. Also, ob sich der Kauf ausgezahlt hat, kann ich euch erst sagen, nach der Tour, nachdem ich zurück bin von dem Treffen in Deutschland, da kann ich euch sagen, ob das Navi mich gut hingeleitet und gut zurückgebracht hat, dass es mich nicht in die Botanik verschickt hat, sondern dort hingeschickt hat, wo ich es wollte. Normal müsste es so machen, aus dem Grund, denn was ich gesehen habe, wie ich die GPX-Datei auf dem Navigator geöffnet habe, wir waren über 5000 Wegpunkte gesetzt, jetzt gehe ich davon aus, dass das mit Drag funktioniert. Ja, wie gesagt, das Cradle werde ich 100% behalten, also das gebe ich sicher nicht her. Wie ihr seht, schaut euch mal an, hier hast du die Strecke eingezeichnet, der Pfeil bin ich, wenn es stimmt. Ja, ich sage mal, gekauft habe ich, das ist immer Fakt, jetzt muss ich nur schauen, ob es meinen Erwartungen entspricht, aber ich glaube, da muss noch, da müssen noch ein paar Updates her, das ist noch relativ jung, unter Anführungszeichen, aber ganz sicher nicht ausgereift, das weiß ich. Deswegen werde ich sagen, Test folgt. oder nicht in dem Fall der Test, sondern die Bewertung von diesem Gerät. Was aber super ist, seht ihr das da auf der linken Seite, da, da kann man einstellen, wie lange brauche ich noch zum ersten Stopp, in dem Fall, wenn man einen Stopp-Punkt gesetzt hat, wie lange brauche ich dort noch hin, und wie viel, also zeitmäßig, und wie viel Kilometer sind es noch. Und das andere zeigt das Ziel an, die Kilometer und die Zeit zum Endpunkt. Das ist okay, finde ich in Ordnung. Oben sieht man die Geschwindigkeit, die man hier fahren darf, wo ich aber sage, Achtung, da ist BMW leider auch hinten nach, teilweise, also der hat mir schon angezeigt, dass ich 100 fahren darf, und dort war 50, also Achtung, haltet euch nicht an der Vorgabe von der Connected-App, sondern, immer schauen, 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 was steht da, wie schnell darf ich fahren, was für eine Geschwindigkeitsbegrenzung herrscht hier, was für eine und so weiter und so fort. Also wie gesagt, verlasst euch bitte nicht, als gleiche mit Navi, verlasst euch nie ganz auf ein Navi. Man hat lebenslange Karten und Software-Updates, was aber bei jedem Navi ist, um diesen Preis. vor dem muss man ausgehen, und ich bin guter Dinge, dass BMW so nett ist und laufend Update schickt, um das ganze Gerät zu verbessern und ein wenig auf die Kunden hört, die Vorschläge für dieses Gerät haben. Abschließend zu sagen über dieses Gerät bis jetzt ja, ob es den Preis wert ist, wie gesagt, erst nach der Tour, wo ich in Deutschland war, bei Gradmelder 24 Treffen, da kann ich euch sagen, es ist okay, sehr gut oder ZV zum Vergessen Bericht folgt. Und natürlich die Videos auch von diesen Treffen. Sollte es regnen, bei der Hinfahrt, Rückfahrt, oder bei der Tour, dann filme ich nicht. Wie gesagt, Hauptgründe Bedienbarkeit mit dem Steuerrad, was einen Riesenplus gibt und dass die Sichtbarkeit, dass es schön zu sehen ist und das andere, was man auch verstellen kann, die Helligkeit, was sehr logisch ist. Und das nächste ist, ich brauche keine Angst, haben wir eine Überhetzung. und das ist im Sommer, die Gefahr ist im Sommer hoch. Ich würde nur BMW bitten, vielleicht haben Sie Interesse in einer Software auch für den PC, dass man sagt, okay, es gibt eine Planung seit beim PC, man plant die Tour am PC, man meldet sich mit dem BMW-Konto an, plant die Tour und automatisch wird das mit dem CNR oder mit der App synchronisiert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck über dieses Gerät vermitteln. Von meiner Sicht, Achtung, das ist keine Kaufempfehlung oder das, ihr könnt das einmal testen, die BMW-Händler, glaube ich, geben es auch her zum Testen. Bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen, das ist mein Eindruck, außer die Punkte, die ich erwähnt habe, was man bis jetzt, ja, ich würde sagen, vernachlässigen kann. Und damit komme ich auch zum Schluss und sage danke, dass ihr wieder da wart. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr vielleicht tun sollt oder auch nicht. Ich sage trotzdem, danke fürs Schauen. Jedenfalls, danke, liebe Zuseher, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, Motorradfahrer und Radfahrer auf der Straße, denn natürlich auch Autofahrer, aber die, beide, die beiden Gattungen haben fast keinen Schutz. Kommt immer gut nach Hause, ich wünsche euch was, ciao, baba, macht es gut, danke, baba, und da,